Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montag, der 19. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 333 und heute nicht mit Achim wie angekündigt, sondern ausnahmsweise in Vertretung mit mir, Martin. Ich habe die folgenden Themen mit für euch dabei. Neue Intel-Prozessoren, rollstuhlgerecht MacBook, Blick hinter die Kulissen, Versteigerung YouTube-Kits und Dine & Dash. Was hat es damit auf sich? Zum einen hat sich der CEO, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, von Intel, Brian Kratznik, keine Ahnung wie man ausspricht, ich hätte es doch nicht sagen sollen, bekannt gegeben, dass zukünftige Intel-CPUs, die ausgeliefert werden, ab der zweiten Jahreshälfte 2018, den Schaden oder besser gesagt die Lücke zu Meltdown und Spectre nicht mehr inkludiert haben. Das sind schon mal gute Neuigkeiten, war ja auch so zu hoffen. Und weiteres Gutes ist, dass alle Geräte, die unter 5 Jahren zurückliegen, Updates haben. Und das hatten wir ja schon das eine oder andere Mal hier in der Geek Talk, aber auch im Geek Talk Daily, wie auch in der Geek Talk News, dem Mutter-Podcast, dass das eine oder andere Gerät oder die eine oder andere Plattform Updates in die Richtung bekommen hat. Somit weiter so, Intel, und lass das mit den Lücken. Bei Google gibt es tolle Neuigkeiten. Die News ist nicht ganz die neueste, aber dennoch ganz wichtig, wie ich finde, und deshalb wollte ich sie hier noch unterbringen. Google Maps, der bekannte Kartendienst, hat jetzt eine Möglichkeit in den Optionen eingegeben, dass man eine rollstuhlgerechte Route sich anzeigen lassen kann. Das zum einen eben, wenn man mit U-Bahn, mit Bahn, mit Bus, was auch immer unterwegs ist. Und das Ganze wird ausgeliefert und zwar nach und nach aktuell London, New York, Tokio, Mexiko City, Boston und Sydney. Aber da es Daten eigentlich auch von vielen anderen Ländern gibt, unter anderem Deutschland und Schweiz und Österreich, nehme ich doch auch an, ist zu hoffen, dass das relativ schnell auch danach kommt. Da hoffe ich natürlich auch, dass Microsoft nachbessert und natürlich auch Apple mit ihrer Kartengeschichte. Denn solche Dinge sind extrem wichtig. Dann gehen wir weiter. Analysten sind immer wieder unterwegs und eine News zu einem solchen habe ich auch wieder mal hier drin. Aktuell wird das MacBook als der Kassenschlager 2018 gehandelt, denn es soll sich in diesem Jahr um 13-16% mehr verkaufen als im Vorjahr. Das ist mehr als beim iPad und sogar mehr als beim iPhone, der Cash Cow bei Apple. Und das Ganze basiert auf den Gerüchten, die so rumschwirren, dass es bald ein neues MacBook Air geben soll. Das Ganze gepaart mit den News, dass im Ende dieses Monats ein Event ist, und zwar ein Bildungsevent von Apple, lässt natürlich die Börse und dessen Anhänger sowie der Kurs ein bisschen herumfliegen. Wir dürfen gespannt sein und es ist zu hoffen, dass da bald was kommt. Des Weiteren gibt es einen spannenden Bericht auf Giga.de, wo beschrieben wird, weshalb Siri so, und ich setze das mal in Anführungs-Schlusszeichen, blöd ist, oder sagen wir im Vergleich zu Google und so weiter, nicht ganz so weit vorne ist. Was da genau dahinter steckt, daily.geektalk.ch, wir haben den Beitrag verlinkt für euch. Dann gehen wir ein bisschen zurück bei Apple, und zwar noch weiter als Apple selber. Steve Jobs, Es ist ein Beschäftigungsfragebogen, aufgetaucht auf einer Auktion, und man dachte, der geht für irgendwie 50.000 über die Bühne. Schlussendlich über 174.000 Dollar wurden dafür locker gemacht. Darin steht ein bisschen beschrieben, wer der liebe Herr Jobs ist, dass er ein bisschen Ahnung vom Computer hat, und dass er eine Fahrprüfung hat. Und das Ganze, oder der Wisch war eben demjenigen, der dafür geboten hat, so viel wert. Vielleicht noch als Kurznachricht dazu. Zwei Jahre später ging es, oder es ging dann direkt weiter zu Atari, für Steve Jobs, wo er circa zwei Jahre gearbeitet hat, den lieben Herrn Wozniak kennengelernt hat, und dann zusammen mit dem Ronald, Wayne und eben Wozniak, die Firma Apple gegründet hat. Das waren noch Zeiten. YouTube Kids, grundsätzlich eine super App, mit der ihr eure Kinder auf YouTube loslassen könnt. Da sehen sie nur Content, den sie auch was angeht, und wo eben, ja, kindgerecht aufbereitet ist, kuratiert von Google. Aber da gibt es immer wieder mal was zu meckern, denn es ist nicht das erste Mal, dass da gewisse Dinge durchgerutscht sind, die eben nicht für Kinder geeignet sind. So auch leider wieder geschehen, denn aktuell werden sehr viele Verschwörungstheorien Videos durchgereicht. Egal, ob es um UFOs geht, ob es um Außerirdischen, was auch immer geht, die ganzen Videos rutschen durch, und Google sagt dazu, ja, jedes System ist so gut, wie es eben ist, und dieses halt nicht. Und deshalb bleibt den Nutzern nur eines, seine Kinder weiterhin zu begleiten, und unpassende Videos zu melden. Sobald das genügend Menschen gemacht haben, wird ein Mitarbeiter das Ganze blockieren. Somit bin ich gerade froh, gibt es die YouTube Kids App doch noch nicht hier in der Schweiz. Ja, wir begleiten unsere Mädels jeweils noch in YouTube. Dine & Dash, und das ist meine letzte News für heute, ist ein Versuch von Barclay, Restaurantrechnungen oder das Warten auf das Bezahlen im Restaurant überflüssig zu machen. Leider, nach meiner Meinung, zum Scheitern verurteilt, denn es benötigt zwei Dinge. Eine App, die der Nutzer installieren muss, auf iOS oder Android, und zum Zweiten ein Gadget, was ausschaut wie ein Modem, ein Speicher, keine Ahnung, mit einem LED drin. Der Gast kommt ins Restaurant, hält das Telefon drauf, und ab dann werden die ganzen Bestellungen gleich auf dem Gaskonto draufgebucht, und beim Verlassen muss er das Gleiche nochmals tun, und so dann die Rechnung bezahlen. Die Leute, die zu MIRT da reingehen, haben den Vorteil, dass sie auch die Rechnungen aufteilen können, also wie man es kennt von, in der Schweiz hier zumindest, von Twint und all den Möglichkeiten, man kann die Rechnung aufteilen, das Geld dann einfordern, etc. Aber eben, warum nochmals ein weiterer Bezahlungsdienst, und warum ein Gadget, und ja, aber ja, probiert's, und treibt das Ganze voran. Unschön ist das Ganze ja sowieso nicht, weil meistens wartet man dann lange, oder länger, in einem Restaurant, bis man dann bezahlen kann. Grundsätzlich finde ich die super, aber eben nicht auf diesem Weg, liebes Barclay. Mal schauen. Das waren's die News, die ich heute für euch, am Montag zusammen habe sammeln können. Ich wünsche euch einen wunderschönen, und vor allem tollen Start, in die neue Woche. Wenn alles klappt, ist morgen der Achim wieder da, ansonsten ich nochmals. Wir werden's sehen. Euch einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.